Ein flauschiges Hallöchen, ihr Süßen, und willkommen zurück zu Gibbeth, a Cthulhu Adventure. Ich glaube, wir sind ziemlich am Schluss, deswegen werde ich ab jetzt einfach mal durch aufnehmen. Das heißt, das ist entweder jetzt eine sehr lange Episode oder eine kürzere oder normal lange, ohne Verabschiedung, das werden wir sehen. Wir hatten hier ständig wechselnde Landschaft, das haben wir alle schon untersucht, und vierter, erster, zweiter und der dritte magische Kreis. Okay, kann ich den... Okay, und das hier zum Beispiel? Also das hier ist Cthulhu, das ist die Form, die Buzz gerade hat. Das ist normal, das ist das Gemälde. Was passiert, wenn ich hier zum Beispiel... Genau. Okay, also wir porten uns zu den Kreisen. Jetzt sind wir aber rot. Warte mal kurz. Und jetzt sind wir blau. Okay, lass uns mal kurz was probieren. Kitty. Ich brauche Kitty mal kurz normal, ich möchte was ausprobieren. Das ist auch noch keine normale Kitty. Okay. Ja, das ist kein Problem, das kriegen wir hin. Das heißt aber, ich muss jetzt hier wieder weg... Ah, und dann bleibt die Linie. Okay. Heißt das, ich muss jetzt den Kreis mit jedem anderen verbinden? Und Kitty könnte ich jetzt zum Beispiel, nur so rein hypothetisch... Nein, ich brauche sie in... Genau, der Form könnte ich damit jetzt sozusagen... So, nur der Komplettteil halber, ne? Genau, das ist für das Kunstding, irgendwie aktivieren. So, und wenn ich jetzt hier hingehe... Beziehungsweise Kitty. Das geht auch, okay. Und wenn ich Kitty jetzt nochmal verwandle... Und sie hier hinschicke... Okay. Das reicht noch nicht, alles klar. Was fehlt dann noch? Muss ich die vielleicht auch noch verbinden? Dann schicke ich mal Bass hier hoch. Und wir warten, bis Bass wieder normal ist, damit wir ihn da draufstellen können. Nein, das ist ja falsch. Nein, wir warten mal ganz kurz. In der Zeit verwandeln wir Kitty nochmal. Oho, der Kreis! So, jetzt stellen wir uns mal mit Bass da drauf. Jetzt passt das hier. Und Kitty würde ich jetzt ganz gerne einfach mal... Nee, ich wollte sie eigentlich gerne so pixellig haben. So, und wenn ich jetzt Kitty hier drauf stelle... Äh, doch hier. Okay. Muss ich die alle miteinander irgendwie verbinden? Ich verstehe es noch nicht so. Okay, wenn ich Kitty jetzt hier hinstelle... Nee. Und angenommen, ich stelle jetzt Bass... Achso, warte, ich darf ja nicht... Und wenn ich jetzt Bass einfach hier rüber stelle, warte, bis er pixellig ist und ihn dann damit verbinde. Dann sind doch alle miteinander verbunden, oder? Er mit allen drei, der hier auch mit allen... Ja, dann wäre jeder Kreis quasi mit jedem anderen verbunden. Vielleicht ist das das Geheimnis, dass wir dann so einen magischen Kreis, wo alles auf alles reagiert, erschaffen haben. Okay. Das hat gestimmt. Sehr gut. Okay. Wir haben Verbindungen geschaffen. Und genau, hier geht's weiter. Ja, dann lauf mal, Bass. Die Kitty, die da so seitlich schleicht. Sehr schön. Arme Kitty. Aber irgendwie auch süß, oder? Ja, sie kommt ja gleich nach. Wir müssen bestimmt nicht warten, bis sie da durchgeschlichen ist. Na, Kittylein? Wir sind schon ein tolles Paar, oder? Ja, kleine Kitty... Und sie werden dann immer besseres Paar. Da vorne, das sieht aus, ein bisschen wie der blockige Ast, den wir haben. Ich mag Kitty in der Form irgendwie. Ist das komisch, aber auch süß? Da frage ich mich immer, was das schwarz ist. Sind das Haare von Kirwin? Oder hat er da... Ah, ja, ja, der hat da Kotlern. Okay. Okay, ein Ast. Das sieht genauso aus wie der. Okay. Ah. Oh, ich hätte den vorher untersuchen können. Ja. Egal. Wir untersuchen die ganzen Sachen erst mal. Okay, blocky. Das ist so collagenartig. Und dann das normale. Und da sehe ich ein Skelett übrigens. Mindestens eins. Und einen Knochenhaufen, ja? Ja. Das sind die finalen Worte von Captain Johansson, von der Alert. Ich habe keine Art von Knochenhaufen. Ich hoffe, dass das Ungodlich Place, mit all its strained magic, will somehow retain my last utterances. Whoever you are, if you can hear this, know that this wretched place you've made your way to must be wiped off the face of the Earth. Das ist was mir und meine Shipmates auf der Alert kamen hier zu tun. Once we deciphered the sign, we left Oslo for Point Nemo with a ship full of explosives and fuses, hell-bent on destroying this island where the evil book is at its most powerful. I won't waste my breath on my exploits concerning the Necronomicon. If you are here, you must be aware of the generations it has tricked into playing its awful roles, and then led here to be made to disappear. When we embarked on this journey, we knew full well of the dozens that have failed before us. However, we have accomplished more than any of them. This horrible island is surrounded by active underwater volcanoes, and I can only hope that we've managed to rig them all to explode to trigger their eruption. We have started with the detonator on the highest mountain peak and worked our way down. It did not come without sacrifices. The crew was driven crazy by the monstrosity of what they kept transforming into. By the time we were sat in charges underwater, myself and first mate Green were the only sane men left. That's when we saw it. My god, we had found more than we had bargained for. The thing that should not be. We were driven mad with fear. I fled in terror, and somehow clawed my way into this hall. I am probably on the side of the island we had not explored, and I see no way out of this hall where my bones will find their final resting place. I can only hope that Green set all the fuses before he lost his mind. Or his life. If someone ever hears this, the detonator on the highest peak, bury this place and the horror that slumbers beneath. Okay. Wir werden unser Möglichstes tun. Wir können versuchen, das Necronomicon damit zu benutzen. Okay, ich versuche das einfach mal. Ich überspring das mal. Ja, ja, ja. Okay, damit können wir also einfach nur seine Aufzeichnung wiederholen. Das ist schön. Aber nicht nötig, glaube ich. So, wenn wir den hier mal benutzen, bitte. Und jetzt den hier. Vielleicht mit Kitty. Kitty sieht ja noch... Nee, warte mal. Kitty sieht noch aus wie so ein Kunstwerk. Das weiß ich. Also machen wir doch mal kurz den normalen. Und Kitty das hier. Kitty? Are you dead? Are you alive in there? Still kicking, Schrodinger. Oh, God. Are you okay? Can you breathe? What do we do? Yeah, I can breathe all right. There are mechanisms inside this thing. That's good to hear, because I see nothing on my end here. We can't let this slow us down, Buzz. Try and figure out your way forward while I work on this. On it. Ich weiß nur nicht wie. Nee, warte. Ich kann hier ja gar nicht. Oh, Gott. Ah, warte mal. Hier geht's weiter. Tja. Oh, no. Some kind of knot inside this big stone slab. How many more obstacles do you have in store for me, Point Nemo? I've got to find a way to solve this. Vielleicht mit... I've rearranged it. Nothing changed. Okay. Vielleicht, wenn ich es als lustiges Zentakelmonster benutze? Dann habe ich ja mehr Arme, oder? Vielleicht... Warte mal. Vielleicht mit dem Schwert? Durch... Durchschneiden. Sehr gut. Glaube ich. Ich hoffe, Kitty kommt hier raus. Kitty, can you hear me? I've opened this door. We can keep going now. You can keep going. This contraption is way more complicated than I had anticipated. Go on ahead without me, Buzz. What do you mean? I can't just leave you behind trapped like this. Didn't you hear that ghost thing? All the volcanoes around here are rigged to blow up. Just go, Buzz. Find the Butcher. Don in peace might need you. I'll be okay. I'll try to make my way out of the trap. Kitty, I can't. Just go already. And be careful. Numskull. Kitty, I love you. Get the f*** out of here, Kerwin. Aber sie hat sich gerade Sorgen um uns gemacht. Oh, Kitty. Ich kann sie doch hier nicht allein lassen. Wenn die Kitty umbringen, bin ich böse auf das Spiel. Das ist eine sehr gute Frage. Warum ist da ein riesiges Heilige? Gibt es da viele. Okay, dann untersuchen wir mal. Wie kennen wir das? War das mit den Katzen? Definitiv nicht. Okay, das hatten wir ja schon. Drei leere Rahmenregale voller eingerahmter Bilder. Das ist eine sehr gute Frage. Das ist eine sehr gute Frage. Oder so könnte man die Frage auch formulieren, ja. Da unten haben wir ein Bild vom Necronomicon, einem Kristall und eines Zeichens. Aber Don hat ihn gesehen. Das ist der Kristall, den Don mitgenommen hat. Der, ich kann den Namen nicht aussprechen. Man kann es schlecht erkennen, aber doch, wir sehen es. Das ist genau der Kristall. Fasst ihn nicht an, nehme ich an? Ist okay. Das Zeichen. Mehr als ein Zeichen oder eben mehr als nur diese vier Verbindungspunkte. Na gut, ähm, dann das Necronomicon. Ich weiß, was das ist. Warum ist es auf dem Display, das ist eine andere Geschichte. Weil das hier für den Jäger steht. Ormstein hat das hier für den Metzger geschaffen. Und verbunden sind sie alle dadurch, dass sie das Necronomicon brauchen. Das sind Schlüsselelemente, die für jede der Parteien entweder als Stellvertreter stehen. Also der Zeichen, wie gesagt, das Zeichen. Das Zeichen als, ich würde sagen, Symbol für den Metzger. Für Ormstein, der hierher gekommen ist, der scheinbar versucht, irgendwas zu erwecken. Der Kristall als Symbol für den Jäger, der ihn jagt. Für Don, der sein Zeichen von diesem Kristall erhalten hat. Und eben das Necronomicon, um das sich hier alles dreht. Ein riesiges Bullauge, zentrales, offenes Buch und Erde und Mondgerät. Ja, da schwimmt immer wieder sowas durch. Kann man das anvisieren einmal? Jetzt kommt schon wieder. Da. Nein, kann man nicht. Okay. Nicht nur du. Was? Kann ich bitte wieder zurück? Danke. Ich weiß nicht. Das eine war das Erde-Mond-Gerät. So sah es zumindest aus. Was die anderen Sachen sind, habe ich keine Ahnung. Aber ich will mich erst umgucken, bevor ich hier vielleicht irgendwas versehentlich aktiviere. Offenes Buch ganz rechts. Kurvin. Kur-Vin. Kur-Vinus? Oh nein. Ich fühle mich fein. Buzz-Kurvin. Kannst du damit was machen? Das Buch ist der Fall von Basil Dexter-Kurvin. Basil-Kurvin. Ein Buch ist... Und die Päden... Ja, das müssen wir dann nicht mehr... Und hier ging es auch weiter. Aber wir gucken uns erstmal hier alles an. Das hier muss ein Rätsel sein, das wir irgendwie lösen können. Okay, dann das Buch, das Zentrale. Natürlich, guck's dir an. While on an antiquarian tour of an isolated fishing village called Fishmouth, a man called Robert Olmstein has an unexpected revelation. Olmstein? Robert Olmstein? What does this mean? Let's see what this page says. It had all started with the strange fishiness of the local populace, but now it was clear. There was more. So much more to this. It was as if whispers of dark ancient legends, revelations of unfathomable ancestry, madcap globetrotting adventures, and the ever-present threat of slumbering horror were all coming together into one blood-red line under the watchful eye of the Necronomicon. Holy hardcover, her medical history. I've stumbled onto something big. I'll just keep reading, I guess. These stories are too dark and beautiful not to come to life, uttered Olmstein with an enigmatic smile. Even the one ending with this world's complete destruction. There is no story if there is nothing at stake, came Olmstein's answer. The roles are set, the actors will come and go, and we will be here, watching and controlling it, sometimes, when the time is right. Why not make it always, always? Where is the fun in that? And he let go of the book, watching it drop in slow motion into the crowd below. The end. Oh, God. Whoa. What? Should I... Nein, sollst du nicht. Wir gucken uns das hier nochmal an. Kann ich damit denn irgendwas... Machen. Drei Viertel des... Ich, ähm... Ich versteh's noch nicht ganz. Wieder zurück, bitte. Was passiert da? Ähm... Ja, ähm... Achso, ich kann hier weiter. Okay. Okay... Vielleicht müssen wir da... Obst du da wohl uns dabei gibt? Ich meine, wir sind die aktuellen... Wir sind die aktuellen... Protagonisten. Don, der das Jahr mal des Jägers rät. Wir, der das Buch tragen. Sie, ich hab keine Ahnung, was das ist. Das war jetzt eben das Buch, richtig? Jawohl. Was stimmt jetzt hier vielleicht? Das ist Fischmaul beim Fest. Paris. Oben der Dachboden. Fort Maris. Die Kutsche, wo Rosa steht. Aber was ist davon das Richtige? Das war bei uns zu Hause. Ich nehm ehrlich gesagt an, dass es das hier wäre. Aber ich bin mir nicht sicher. Es kann auch... Ich hab keine Ahnung, was genau das hier ist. Also gehen wir einfach mal, bitte, nochmal raus. Wir müssen hier irgendwas einstellen. Aber ich bin mir nicht sicher, was. Deswegen, ich würde einmal ganz kurz hier rüber weiter... Ich bin hier raus. Dawn und Frieden brauchen mich. Goodbye, strange room. Hätte ich da was einstellen müssen? Oder war das optional? Nein. indo game. Untertitelung des ZDF, 2020